Stirnräder Die im Maschinenbau am häufigsten verwendete Zahnradart ist das Stirnrad. Dabei sind die Zähne am Umfang eines gedachten Zylinders angeordnet, der auch als Welzzylinder bezeichnet wird. Der Durchmesser des Welzzylinders wird Welzkreisdurchmesser genannt. Die Welzzylinder zweier Zahnräder rollen dabei ohne Gleiten aufeinander ab, sodass die Umfangsgeschwindigkeiten beider Zahnräder am Umfang des Welzzylinders identisch sind. Ein Getriebe, das ausschließlich aus Stirnräder besteht, wird als Stirnradgetriebe bezeichnet. Verlaufen die Zähne geradlinig, das heißt in Richtung der Drehachse des Zahnrades, so spricht man von einer Geradverzahnung. Eine solche Verzahnung kann durch Welzfräsen, Welzhobeln oder Welzstoßen sehr wirtschaftlich hergestellt werden. Bei der Geradverzahnung sind bis zu drei Zähne eines Stirnrades gleichzeitig im Eingriff. Es muss jedoch immer mindestens ein Zahn in das Gegenrad eingreifen, um eine kontinuierliche Kraftübertragung zu gewährleisten. Je mehr Zähne gleichzeitig im Eingriff sind, desto größer ist die Verteilung der Umfangskräfte auf die einzelnen Zähne und desto geringer ist die Zahnbelastung. Da bei geradverzahnten Stirnrädern zu Beginn des Eingriffs die gesamte Zahnbreite voll im Eingriff ist, setzt auch die Kraftübertragung schlagartig ein und bricht am Ende des Eingriffs wieder schlagartig ab. Dies führt zu einer relativ hohen Geräuschentwicklung. Geradverzahnte Stirnräder sind daher nur für relativ geringe Umfangsgeschwindigkeiten geeignet. Höhere Umfangsgeschwindigkeiten und Drehmomente bei gleichzeitig geringerer Geräuschentwicklung können mit der nachfolgend beschriebenen Schrägverzahnung erreicht werden. Bei einer Schrägverzahnung verlaufen die Zähne nicht mehr geradlinig in Achsrichtung, sondern in einem bestimmten Winkel schräg dazu. Je nach Anwendung beträgt dieser zwischen 20 und 45 Grad. Da das Zahnrad dabei weiterhin eine zylindrische Grundform besitzt, winden sich die Zähne letztlich schraubenförmig um den Welzzylinder, analog zum Gewinde einer Schraube. Insofern ist die Bezeichnung Schrägverzahnung nicht sehr präzise gewählt. Ein wirklich geradliniger Zahnverlauf ergibt sich nur, wenn man sich die Zähne als Abwicklung vorstellt. Dies ist letztlich bei schräg verzahnten Zahnstangen der Fall. Der Winkel zwischen der abgewickelten Zahnlinie und der ursprünglichen Drehachse ist der Schrägungswinkel. Die Schrägverzahnung bewirkt, dass die Kraftübertragung nicht schlagartig über die gesamte Zahnbreite einsetzt, sondern der Zahn sich sozusagen allmählich in das Gegenrad eindreht. Auch am Ende des Eingriffs fällt die Kraftübertragung nicht abrupt ab, sondern der Zahn gleitet allmählich aus dem Eingriff heraus. Dieses besondere Ein- und Ausgriffsverhalten vermindert die Geräuschentwicklung des Getriebes sehr stark. Da sich die Umfangskräfte zu Beginn und am Ende des Eingriffs jedoch nur auf einen sehr kleinen Zahnbereich konzentrieren, ergeben sich zunächst sehr hohe Zahnbelastungen. Aus diesem Grund sollten bei schräg verzahnten Stirnrädern immer mehrere Zähne gleichzeitig im Eingriff sein, um die Beanspruchung entsprechend auf mehrere Zähne verteilen zu können. Wird dies beachtet, können schräg verzahnte Stirnräder bei gleichen Abmessungen in der Regel höhere Drehmomente übertragen als geradverzahnte Stirnräder. Während bei einer Geradverzahnung die Zahnkräfte nur in Umfangsrichtung wirken, entstehen bei einer Schrägverzahnung durch die Schrägung Axialkräfte, die zu einem erhöhten Lagerverschleiß führen können. Je größer der Schrägungswinkel, desto größer sind die Axialkräfte. Dies ist bei der Lagerung der Getriebewellen zu berücksichtigen. Zudem muss bedacht werden, dass die Richtung der Axialkraft abhängig von der Drehrichtung des schräg verzahnten Zahnrades ist. Wird die Drehrichtung der Getriebewellen umgekehrt, so ist damit auch eine Änderung der Lagerkraftrichtung verbunden. Dies ist bei der Lagerung der Getriebewellen zu berücksichtigen. Bei der Paarung von zwei schräg verzahnten Stirnrädern ist darauf zu achten, dass der Betrag des Schrägungswinkels jeweils identisch ist. Dabei müssen die Schrägungsrichtungen jeweils entgegengesetzt gerichtet sein. In Anlehnung an das Schraubengewinde spricht man von links- oder rechtssteigender Schrägverzahnung. Diese Bezeichnung ergibt sich aus der Richtung, in der die Flanke bei senkrechter Drehachse des Zahnrades steigt. Beachte, dass die Geradverzahnung letztlich als Sonderfall einer Schrägverzahnung mit einem Schrägungswinkel von 0 Grad betrachtet werden kann. Dementsprechend gehen die Eigenschaften einer Schrägverzahnung mit abnehmendem Schrägungswinkel fließend in die Eigenschaften einer Geradverzahnung über. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein Schrägungswinkel kleiner als 10 Grad kaum Vorteile gegenüber einer Geradverzahnung bietet und daher in der Praxis nicht hergestellt wird. Um die Vorteile der Schrägverzahnung, das heißt eine höhere Belastbarkeit und geringere Geräuschentwicklung, mit den Vorteilen der Geradverzahnung, das heißt keine Axialkräfte und geringerer Verschleiß, zu kombinieren, wird in bestimmten Sonderfällen auch die sogenannte Pfeilverzahnung eingesetzt. Durch die gegenseitige Anordnung der Schrägung entsteht auf jeder Seite eine gegensätzlich wirkende Axialkraft, deren Wirkung sich gegenseitig aufhebt. Es treten also keine Axialkräfte auf, die von den Lagern entsprechend aufgenommen werden müssten. Aufgrund der relativ großen Zahnlänge können mit Pfeilverzahnungen sehr hohe Drehmomente übertragen werden. Die aufwendige Herstellung einer Pfeilverzahnung macht die Fertigung jedoch sehr teuer, weshalb diese Verzahnungsart nur in Sonderfällen wie beispielsweise bei Großgetrieben eingesetzt wird. Außerdem ist eine nachträgliche Feinbearbeitung der Verzahnung durch Schleifen wegen der schlechten Zugänglichkeit kaum möglich. Aus diesem Grund wird anstelle der Pfeilverzahnung auch häufig die nachfolgend näher beschriebene Doppelschrägverzahnung verwendet. Der gleiche Effekt wie bei der Pfeilverzahnung wird im Prinzip auch durch die spiegelbildliche Anordnung von zwei schräg verzahnten Stirnrädern erreicht, deren Flanken dann ebenfalls pfeilförmig aufeinander zulaufen. Eine solche Verzahnung wird dann als Doppelschrägverzahnung bezeichnet. Die Herstellung der jeweiligen Schrägverzahnungshälften erfolgt auf einer gemeinsamen Welle, wobei in der Mitte ein Spalt für den Werkzeugauslauf vorhanden sein muss. Die Herstellung einer Doppelschrägverzahnung ist deutlich kostengünstiger als die Herstellung einer Pfeilverzahnung. Es ist zu beachten, dass das Zusammenfügen von zwei einzelnen schräg verzahnten Stirnrädern zu einer Doppelschrägverzahnung wegen der Passung zum Gegenrad in der Praxis nur bedingt möglich ist. Während mit Stirnrädern grundsätzlich nur Drehbewegungen möglich sind, kann mit einer Zahnstange auch eine lineare Bewegung erzeugt werden. Bei einer Zahnstange sind die Zähne nicht mehr am Umfang eines Zylinders, sondern entlang einer geraden Stange angeordnet. Die Zahnstange kann man sich im Prinzip als Abwicklung der Zähne eines Stirnrades vorstellen. Die Zahnstange kann prinzipiell auch als Stirnrad mit unendlich großem Durchmesser betrachtet werden. Insofern stellt die Zahnstange nur einen Grenzfall der Stirnradverzahnung dar. Die Flanken der Zähne einer Zahnstange sind dann nicht mehr gewölbt, sondern geradlinig. Ein Getriebe, das mithilfe eines Stirnrades, Ritzel genannt, und einer Zahnstange eine Drehbewegung in eine lineare Bewegung umwandelt, wird auch als Zahnstangengetriebe bezeichnet. Solche Zahnstangengetriebe werden zum Beispiel in Werkzeugmaschinen zum Bewegen von Maschinenschlitten eingesetzt. Grundsätzlich unterscheidet man bei Stirnrädern zwischen Außen- und Innenverzahnung. Bei einer Außenverzahnung sind die Zähne am Umfang nach außen gerichtet, bei einer Innenverzahnung entsprechend nach innen. Ein innenverzahntes Zahnrad wird auch als Hohlrad bezeichnet. Während sich bei der Verwendung von zwei außenverzahnten Stirnrädern die Drehrichtung ändert, bleibt sie bei der Paarung mit einem Hohlrad erhalten. Außerdem kann durch die Verwendung eines Hohlrades der Achsabstand verkürzt werden. Dadurch ist eine platzsparende Getriebekonstruktion möglich. Manchmal kann eine Innenverzahnung zudem auch einen besseren Schutz gegen das Eindringen von Schmutz bieten, wenn das Getriebe entsprechend konstruiert ist. Die Negativform der Flanken eines außenverzahnten Stirnrades entspricht grundsätzlich der Flankenform einer Innenverzahnung. Die Zahnflanken einer Außenverzahnung sind also konvex, das heißt nach außen gewölbt. Bei einer Innenverzahnung hingegen sind die Zahnflanken konkav, das heißt nach innen gewölbt. Zwischen diesen Fällen liegen im Übrigen die Zahnstangen mit einer geraden Flankenform, die also keine Wölbung aufweisen. Bei der Paarung von zwei außenverzahnten Stirnrädern ergibt sich somit aufgrund der rein konvexen Flankenpaarung eine relativ schmale Kontaktfläche. Dies führt zu einer hohen Flankenpressung, der sogenannten Herzschenpressung. Entsprechend hoch ist der Verschleiß der Zahnräder bzw. der Zahnflanken. Wird dagegen ein außenverzahntes Stirnrad mit einem innenverzahnten Rad gepaart, so ergibt sich eine konvex-konkave Flankenpaarung. Die Kontaktflächen schmiegen sich sozusagen aneinander. Dadurch entsteht eine größere Kontaktfläche, die wiederum zu einer geringeren Flankenbelastung führt. Der Zahnradverschleiß ist somit geringer. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass bei gleichem Verschleiß mit einer Innenverzahnung höhere Drehmomente übertragen werden können als bei der Paarung zweier außenverzahnter Stirnräder. Obwohl die Innenverzahnung gegenüber der Außenverzahnung viele Vorteile bietet, ist diese Verzahnungsart wegen der relativ aufwendigen und damit teuren Herstellung auf wenige Sonderfälle beschränkt. Anwendung findet die Innenverzahnung beispielsweise bei Planetengetrieben, auf die wir in einem anderen Video näher eingehen. Grundsätzlich können die Drehachsen von Stirnrädern nur parallel zueinander angeordnet werden. Durch die Verwendung von sogenannten Kegelrädern können die Drehachsen der Getriebewellen auch einen Winkel zueinander einschließen. Auf solche Kegelradgetriebe gehen wir in einem separaten Video näher ein. Ich hoffe, dass Ihnen das Video gefallen hat und Sie es hilfreich fanden. Vielen Dank fürs Anschauen!